Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Und einer sogar mit Handtasche. Dieser Weg ist anstrengend. Der Aufstieg zur Burg ist die Hölle. Der Multifay ist mal wieder on Tour heute. Diesmal im Weltkulturerbe. Kaum zu glauben, dass ich auch Kultur machen kann. Das ist hier das Schloss Wilhelmshöhe und der ganze Park hier ist Weltkulturerbe. Die kommt mir so weit weg vor. Aber das macht ja nichts. Anja filmt gerade, die ist heute nicht so gut drauf. Also eigentlich schon, aber wir waren letzte Nacht ziemlich viel, waren ziemlich lange wach, weil ich arbeiten muss in Kassel hier. Und ja, deswegen gibt es heute auch kein Video wirklich am Sonntag. Sondern halt nur dieses kleine Vlog und wir haben ja noch ein paar Impressionen und Eindrücke. Ja, mache ich Fotos durch Facebook. Passt auch immer ganz gut. Hier nochmal das Schloss im Hintergrund. Und ja, ich musste jetzt ein bisschen Musik machen. Dementsprechend waren wir gerade in Kassel. Oh, Fugat und Mountainbiker, oder? Auch nicht schlecht. Noch mehr? Anscheinend nicht. Na ja, jedenfalls, ich werde mich hier vielleicht den Berg mal runterrollen. Oder so. Mit meinem kleinen dicken Plaus hier wird das schon laufen. Ja, ansonsten, wie gesagt, UNESCO Weltkulturerbe. Da gibt es den Herkules noch. Keine Ahnung, was der Herkules kann. Da müssen wir mit dem Bus hochfahren. Und sieben Euro kostet übrigens der Parkplatz hier am Weltkulturerbe. Dafür, dass man hier im Park spazieren gehen kann, ist auch schön. Ja, sieben Euro, wie gesagt. Sieben. In Worten sieben. So. Ich mach's nochmal mit den Fingern. Sieben. So. Sieben. Das läuft. Ja. So, und Anja ist heute fotoscheu, kamerascheu. Aber sie hält die Kamera wenigstens gut. Ja, hier stehen wir jetzt nochmal am wunderschönen See. Hier im Hintergrund zu sehen, da ist auch gerade ein Baum schönes Wasser gefallen, weil ich dagegen gelaufen bin. Dementsprechend ist er umgefallen. War vielleicht nicht ganz so clever von mir. Aber doch, sehr schön. Wir sehen im Hintergrund nochmal, wenn ich mich so rumdrehe. Dann war das Schloss. Anja ist Fototouristin. Knips, 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 Knips. Immer schön Fotos machen. Und... Boah, eine Schwanenfamilie da hinten. Uh, wie kann ich da ranzoomen? Schade, dieser Moses kann nicht heran oder rausgesucht werden. Schade. Aber ein paar Schwänen schwimmen da hinten rum. Schwäne schwimmen herum. Schwimmende Schwäne auf dem Schwanensee. Läuft. Ja, wir sind jetzt fast zu oben angekommen. Ah, der sieht auch schon ein bisschen kaputt aus. Hui. Lüge. Wir haben abgebrochen. Ja, stimmt, wir haben abgebrochen. Die Löwenburg war leider nicht mehr zu erobern. War ein bisschen hoch. Und auch der Herkules steht da oben nicht ohne Grund. Denn, ja, wir haben es nicht so... Dafür ist die Aussicht nach hinten extrem toll und schön. Da ist die Hütte. Da hinten. Die sieht so aus, als wenn das irgendwie so ein bisschen... Ja. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Da machen wir uns jetzt gemütlich unser Hotel für heute Abend. So ein bisschen erholen nochmal, ein bisschen was essen und so. Und mal gucken, ob wir lebend rauskommen hier jemals. Ich bin gespannt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo der Ausweg ist. Der Ausweg? Der Ausweg aus dem ganzen... Wir finden den Ausweg. Wir finden den Ausweg, ja. Immer. Immer einen Ausweg. Der Ausweg wird in der Kühe reichen. Die Käfer ist am Spaß. So war's, obwohl sich das fest wie es soll. So war's, obwohl sich das fest wie es soll. So war's? Untertitelung des ZDF, 2020